und schon verbessert die ab seitdem immer aufregend dass du nicht zu tun aus und jetzt gibt es nicht mehr gas wenn ich das gibt dann habe ich ja schnell nichts mehr zu tun ich frage mich etwas das zu sein du schall wieder wie machst du das weh du verbietest mir noch mehr würde ich nicht wagen ich zeige euch wie man an den wänden spring lass mich raten ein doppelsprung nahe einer wand und zack ich hüpfe wie ein flummi ein doppelsprung näher einer wand aber ihr müsst die taste gedrückt halten es ist unerlässlich die sprung das zurückzuhalten alles klar ich bin ja schließlich nicht blöd space 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 abwärts ist die hauptfrau bevorderungen noch mal die schießt das auch einer da ist doch einer das auch ihr habt das macht lauter Was bist du? War bestimmt Aua. Hihaha! Oh fuck! Einmal verlaufen und ich bin Toast. Guck mal, Sensenmänner. Ich bin euer Boss. Ihr seid Noobs. Schiebe! Hallo! Oho, ein Döner! Das wär's jetzt. Wie bitte? Wachen! Der Eindringling ist hier. Schnitte zur Rettung. Los geht's! Du schmeckst sicher besser, als du aussiehst. Das finden wir gleich heraus. Was? Wie kannst du es wagen? Meine königlichen Flammenwerfer beschützen mich vor solchen Rübrigen wie dir. Oh, die sind mir gar nicht aufgefallen. Diese dilettantischen Monster sagen einem auch noch, wie man sie besiegt. Heißen Dank. Ich muss es toasten. Jetzt gibt's gleich Döner. Einmal Döner mit Schaf. Ziel. Einmal Döner. Was? Oh! Merke! Nicht ins Licht gehen. Geh nicht ins Licht! Nein! Geh nicht ins Licht! Carnickel Johnny! Geh dich ins Licht! Carnickel Johnny! Ja, Carnickel Johnny! Oh! Flummi war Fehler! Aua! Der Schaf hat mich geboxt! Hier! Oh Gott! Ernsthaft? Der Toast ist jetzt weiter. Das ist echt kacke. Weil das Schaf und diese Flammenwerferdinger können mich beide boxen. Aber ich mach jetzt einmal Döner. Einmal Döner mit Schaf. Nicht mich toasten! Aua! Lass doch den Hase in Ruhe! Ihr sollt das Schaf toasten! Das ist immer noch nicht das. Ich geh jetzt heulen. Oh nein. Wir sind irgendwie noch an anderen Weg. Hm. Hm-mm. Mirad, das ist nur ein anderer Weg zum Schaf hin. Jep. Darauf steht sie wieder. Hm. Ich mag das Schaf nicht. Ich will's essen. War mir klar. Und ich muss es grillen. Ja, natürlich. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Ja, ich wollte gerade sagen. Du bist die Frau. Du grillst. Ich töte nur. Ja, dann töte mal. Das Schaf kann sich eh nicht bewegen. Hast du... Oh. Ich bin gar nicht drin! Es bin ich eh tot. Was kicherst du schon wieder? Ich kicher nicht. Ich kicher nicht. Ich lach dich nur aus. Boah, f*** euch doch! In Vanessa ist nie. Ey, hallo! Ich geh mir jetzt ein Lutschen. Oh mein, meins. Weil ich meins mag. Meins nicht? Jetzt gerade nicht. Jetzt ist es gerade eh mehrere Kilometer von mir entfernt. Das kann ich jetzt gar nicht mögen. Ich will da hoch. Wir weg! Nein, dann nicht hoch. Das merke ich mir fürs nächste Mal, wenn du sagst, dass du mich liebst. Was? Dass dich ein Schaf ins Knie ficken soll? Nein. Ich bin noch eh mehrere Kilometer hinweg. Ihr könnt mich gar nicht lieben. Mhm. Honey, I want sex. Right now, but you are so fat. Far, far, I beat far. You should have sex. Right now, but you're so fat. Far, far! Far, you're star. So, heist Brutzel, du scheiß Vieh, alter ey. Roasted. Roasted. Ich finde, das Toasty-sound so geil, der dabei immer kommt. Bist du noch, oder bin ich? Ich glaube, das bist du jetzt. Nee, das bist du noch. Den habe ich doch gelesen. Ah, okay. In gewisser Weise ist Prinzessin Shiba wie wir alle ein Opfer der Umstände. Doch sie war eine dumme, nutzlose, parasitenbefallene Plage der Gesellschaft. Und wir sind froh, dass du sie um die Ecke gebracht hast. Pew, pew, pew. Da lieben mich mal wieder alle. Ja. Die Lichter sind aber immer noch da. Die herollen mich. Und töten mich. Musst du das Schaf jetzt nochmal machen? Nein, muss ich nicht. Ich sehe gerade rechts auf der Karte, dass ich da kein Zeichen mehr habe. Ich gehe jetzt hier durch. Bob mehr. Ui, ui. Da kommst du nicht weiter. Hey, du, hilf mir mal. Hey. Hallo. Also dieser Wall-Jump, den finde ich echt kacke. Warum? Weil der einfach automatisch kommt, wenn du bei drei Sprüngen aus Versehen die Leertasse gedrückt hast. Dann machst du immer diesen kacke Wall-Jump. Das heißt, du fehlst einfach. Geh weg. Oh, er hat gespeichert. Ich darf sterben! Ja, Animo. Oh, er ist hier hübsch. Nom 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 nom. Schau mal was. Ja. Der sieht wie du aus, wenn du Schokolade siehst. Fresse. Stimmt doch gar nicht. Sieht dabei wenigstens noch hübsch aus. Wann? Immer. Ja. Was hängt da oben eigentlich? Sind das auch Karnickel? Sieht so aus, ne? Ja, längeren Schwanz muss was anderes sein. Das sind männliche Karnickel. Sehr männlich. Das ist die Vanessa. Ja, ah, 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 uh, 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 uh. Nicht beißen. Okay, jetzt ist es mir doch extrem ähnlich. Was muss ich jetzt mit dir machen? ach so genau drücke space xx space x tab fluffy stammbaum besteht aus versagern nur aus versagern wort überlesen aber egal das nur ist recht egal das fragt der roboter gleich bleibt gleich versager bleibt versager ob nur oder nicht um hallo was habt ihr hier mittel abgewählt wieso sagt ihr die immer als neuer denn wo ich sie nicht gekauft habe oder wie reanimiert ich wollte blutschub glaube ich nehmen kann ich nicht habe nicht genug was ich gerade auf fressen warum soll ich das jetzt machen weil der andere mit auf die fasse gekriegt habe ich mache aus eisenfleisch ja 21 aber schon wie heißt er tyrann ist türell herr mannig wegen eines verwaltungsfehlers wurde wurden beide von den gleichen familien adoptiert als die behörde eine der beiden zurückschicken wollte waren die eltern ohne nach nach sie nach sind adresse doch noch nicht nachgewandt werden der geschickt durch seine fahrenkreuz über sie sieht mich da schon an sie sind da gehen und finden nicht wie ich mich da jetzt schon was anvisiert kursi ja ich bin halt der kleine vanessa äh pflanzen fallen ja pflanzen weißt du eine ist hier voll auf speed alter etwas geht da ab das geschieht hier recht nur weil du mich immer mobben wow stop it wow was war das das schaf geht ab alter wämschen ich hab das genau gesehen du hast meine prinzessin gerüstet dieser keller schießt scharf hehehe aber besonders schnell ist er nicht hier ist recycling angesagt dieser keller schießt scharf er schießt mit mir jihau und dün 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 fuck ich muss hier wieder hoch 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 weil ich hier nicht runter komme ach so ich will hoch warte mal er macht mir das hier auf danke Was zur Hölle? Ah, Schachel. Ah, Fledermaus. Voll Depp. Nein, man muss ja erstmal alles testen. Ich wollte da erst hoch. Wow. 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 Oh, still doch mal fünf Sekunden. Aua. Hey. Au. Was ist das? Geh ich jetzt mal hier lang. Au. Stracheln. Hilfe. Ah. Hilfe. Ich hänge. Ah. Aua. Fledermaus. Hilfe. Was geht hier ab? Alle. Ich bin hier weg. Au. Aua. Lass mich doch entfrieden. Ah. Hör auf, auf mich zu zielen. Ich hänge hier fest. Das ist nicht fair. Boah. Ja, ich weiß nicht, was du bist. Halt zum Maul jetzt. Ich fach mich. Ich verschluck, du Arsch. Hör. Hör. Dieser Stress. Oh. Puh. Hör. bleib oben du blödes Karnickel ich weiß auch nicht warum du immer runter willst ja und jetzt muss ich ihn wahrscheinlich mit sich selbst ah warte ja schieß ok ok das wären Karnickel gefickt ähm nein schaffe ja ja und deine Mutter auch what the fuck ich will nicht mehr töte mich was ist denn hier ordentlich Kiste warte mal was passiert eigentlich zielt die hier unten auf mich? siehst so süchtig aus töte mich danke mein Freund so jetzt aber come on bitch ich will es nicht jedes mal lesen müssen doch das ist blondie? ja dein Hintern wird wehtun wenn du hier bist auf einmal stehst du da auf oh der Teller ist schon offen geballert ja ich hab Hoffnung dass du es dann hier euch nicht machst ach nicht da unten hin ach du Opfer du ja ehrlich ja bringt du alles wäre gut. Sag dir richtig, ich sag nur Simpsons. Wovor du auch mich schiefst, lass mir doch wenigstens hier hochspringen! Du asoziales kleines Stück Scheiße, du! Ich wollte da eigentlich hoch und nicht runter. Warum? Weil ich nicht blond bin. Oh! Du gehst mir so derft auf deine Säcke, Alter! Jetzt schieß bitte Esther oben kaputt. Hallo! Da oben! Nicht da unten! Du willst nicht, oder? Ja, hallo! Denkst du nicht mehr von dem Kanäckel, lass dich wirklich verarschen. Ganz locker bleiben! Nicht ausrasten! Oh, sag! 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 Wehe, die Sequenz, wie das Vieh stirbt, ist nicht schön. Was dann? Wann wir deinen Hintern drunter leiden müssen. Ja! Aber warum? Also, an deiner Stelle würde ich mithoffen. Ich hoffe gerade nicht. Alter! Jetzt mach mir diesen Weg offen. Danke. Oh, komm! Ich fühl mal ein Rad wieder. Mach weiter! Lava nicht so viel. Warum jedes Mal? Du, Schatz, ich geh da mal schlafen. Weck mich, wenn du fertig bist. Boah, ganz ehrlich. Noch mal so'n Spruch und du bist nie wieder dabei. War's nicht gefragt. Ich weiß, da hab ich aber auch noch nicht damit geredet, dass ich da reinspringe! Schatz, Wusa. Wusa! Das steht oben noch nie. Was ist das? Oben steht so ein... Ja, genau da. Ziel. Wirf ihm die Kiste an den Kopf. Ja, ich weiß. Das hab ich vorhin aufgeblendet mit F. Ich vergewaltige deine Tastator nicht. Ich vergewaltige nur die Leitaste. Ziel, das du auch nicht vergewaltigst. Die kann auch nix dafür. Hab ich aber grad. Und stimmt, die kann nix dafür. Du bist schuldig. Guck mal, mit einem Schuss, die ich damit ihr helft hab! Was geht denn falsch? Warum bin ich dran schuld? Wenn du nicht hier bist, kann ich dich nicht vergewaltigen. Wow. Tut mir leid, Lördhastor. Ich mach's wieder gut. Ja. Ja. Ist fair, wenn ich da in der Ecke festhänge, muss ich zugeben. Klar, hallo. Wie krieg ich jetzt das da unten kaputt? Achso. Und das war's jetzt. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, mein Himmel dran. Wer ist dran? Warte mal, es waren zwei Ritter, ne? Ich hab den ersten gar nicht vorgelesen. Warte mal. Garn und sein Zwillingsbruder Tyrell konnten sich noch nie ausstehen, deswegen gaben ihre Eltern Tyrell zur Adoption frei. Diesen Frieden genossen sie so sehr, dass sie Geralt auch noch weggaben. Und dann kam halt das... Ne, jetzt musst du den machen. Ja, aber dann hast du drei. Na gut, dann machst du halt jetzt drei, ist auch schon nicht schlimm. Melisons war ein...